Moin ihr Lieben! Ja, Eibseewanderung Teil 2 steht heute an. Teil 1 habe ich letzte Woche hochgeladen. Jetzt geht es weiter mit Teil 2. Verpasst habt ihr nichts. An dieser Stelle hier endete letzte Woche Teil 1. Und an dieser Stelle geht Teil 2 jetzt dann auch weiter. Wir haben den Eibsee also gerade zur Hälfte umrundet und kümmern uns jetzt mal um die zweite Hälfte. Und damit nochmal Moin ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ja, für dieses Jahr habe ich mir folgen, den Eibsee einmal bei winterlichen Verhältnissen zu umrunden. Ja, jetzt hat er sich die Gelegenheit ergeben und ich habe sie beim Shoppe gepackt. Letzte Woche Teil 1, den Eibsee zur Hälfte umrundet und jetzt geht es weiter mit der Umrundung Teil 2. Wir kommen auch gleich wieder runter ans Ufer. Wir stehen ja aktuell noch so ein kleines bisschen oberhalb vom Eibsee. Der ganze Zeit ist das Eibsee Hotel in Greinau und wir stehen jetzt hier noch so ein bisschen oberhalb. Aber wir kommen jetzt gleich an die ein oder andere Stelle, wo wir wieder runter ans Ufer kommen. Und dann gibt es sich wahrscheinlich auch schon so direkt so das nächste ein oder andere coole Fotomotiv. Ich würde mal sagen, auf geht's! Lasst uns auch diesen zweiten Teil gemeinsam bestreiten. Ich würde mal sagen, auf geht's! Ich würde mal sagen, auf geht's! Nach wie vor ändert sich das Wetter hier doch relativ rasant. Eben war es wieder sehr zugezogen und jetzt sieht es wieder so aus, dass hier über dem Zugspitzmassiv die Wolken hängen und sich das Ganze dort auch wieder ein bisschen mehr zuzieht, während es auf der anderen Seite nach wie vor blaue Lücken gibt, die sich aber vermutlich auch nach und nach schließen. Ich habe eben schon mal über die App Viewfinder geschaut, wie es denn hier heute Abend mit dem Sonnenuntergang aussieht. Ja, also an sich wird zwar Himmelsröte angezeigt, aber beim Parameter, so rum, Sichtbarkeits-Himmelsröte, da sieht es dann eben nicht so gut aus. Also von daher werde ich das dann nicht machen. Es wäre dann aber auch ehrlich gesagt ein bisschen lang. Also da wäre ich dann, Sonnenuntergang ist ja derzeit so gegen 17 Uhr hier. Ich bin seit 9 Uhr am Eibsee. Das heißt, das wären dann 8 Stunden. Und ich müsste dann nach dem Sonnenuntergang auch noch den Weg weg von hier quasi antreten. Also von daher, ich glaube, bis dahin wäre ich dann doch einigermaßen durchgekühlt, auch wenn ich wieder mal mit Wärme-Pads arbeite, die die Wärme so ein bisschen halten. Und das ist im Moment auch sehr, sehr angenehm. Also absolut alles, aber nicht kalt. Aber gut, auch da ist es dann natürlich irgendwann vorbei mit der Wärmewirkung. Also von daher wird da nix mit dem Sonnenuntergang hier am Eibsee. Ja, wäre die Prognose deutlich besser. Ich glaube, ich würde es wagen, weil so oft bin ich ja dann auch nicht hier. Da muss man sowas eigentlich mitnehmen. Aber ja, okay, das soll heute nicht sein. Ich will mich aber nicht beklagen, weil das Wetter so an und für sich zum Wandern ist ein Traum und zum Fotografieren erst recht. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt mal eine Stelle gefunden, wo wir nochmal runter ans Ufer können. Und hier erhaschen wir jetzt so einen schönen Blick aufs Zugspitzmassiv. Die Zugspitze, die wäre da oben. Dort oben würde sie drohen, aber da hängt es jetzt in den Wolken. Aber das ganze Zugspitzmassiv hier ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man da natürlich schöne Sicht hat, dann ist das ein prima Fotomotiv. Es wird allerdings auch so ein gutes Fotomotiv werden. Deswegen werde ich das jetzt hier auch mal schießen und dann geht es weiter. Wir haben ja ungefähr die Hälfte des Weges hinter uns gelassen. Wir befinden uns also auf der zweiten Hälfte und gehen da auch gleich wieder ein bisschen weiter oben entlang. Also nicht unten am Ufer entlang, wie es noch auf dem ersten Teil des Weges einigermaßen häufig der Fall war. Ja, der Pocket hat irgendwie Schwierigkeiten, mich zu finden. Vor lauter Schnee hier verliert er irgendwie ständig so ein bisschen das Gesicht. Das ist gerade ein bisschen nervig. Ja, aber es ist auch irre hell. Also von daher, ich komme ja auch aus dem Blinzeln kaum noch raus. Ja, jedenfalls gehen wir gleich noch wieder ein bisschen weiter oben am Ufer entlang und haben wieder so einen Blick von oben runter auf den Eibsee und auf die eine oder andere Insel, die eben auch so schön im Eibsee sich befindet. Also die Fotomotive gehen uns definitiv nicht aus. Ja, und ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier das Zugspitzmassiv schön einfange. Vielleicht noch mit so ein bisschen Eibsee im Vordergrund, der ja hier an dieser Stelle so einigermaßen zugefroren ist. Also nicht dick zugefroren, dass man drauflaufen kann, aber doch. Naja, also wäre ich eine Ente, würde ich mich trauen. Aber ich bin dicke Ente und dicke Ente traut sich nicht. Also von daher einfach nur fotografieren. Ja, so langsam füllt sich das jetzt hier alles am Eibsee. Da kommen immer mehr Menschen entgegen. Und was ehrlich gesagt auch viel Spaß macht bei diesen Gelegenheiten, ist andere Menschen zu fotografieren. Das ist sowieso was, wo ich mal schauen wollte, ob ich mich damit irgendwie in diesem Jahr noch ein bisschen mehr befasse. Vielleicht sogar schon demnächst so ein bisschen People-Fotografie. Allerdings jetzt nicht irgendwie hier Porträts oder irgendwie sowas. Sondern halt, nein, einfach so Menschen in, ja, der Umgebung sozusagen. Street-Fotografie oder sowas bietet sich dafür natürlich an. Und dann einfach so ein bisschen, ja, mal so ein bisschen die Menschen knipsen. Ohne, dass man sie jetzt zwingend erkennt. Man möchte da irgendwie auch keinem zu nahe treten. Aber ja, so aus der Bewegung heraus. Wie eben hier. Wenn einem hier dann so jemand in dieser Winterlandschaft irgendwie entgegenkommt, der dann auch noch irgendwie schön farbenfroh gekleidet ist, dann kann man da gerne mal ein bisschen draufhalten mit der Kamera. Und deswegen habe ich auch die R7 schon seit einer Weile jetzt hier am Rucksack außen mit dem 24-105 drauf. Denn das ist dann genügend Brennweite, sodass ich dann auch noch mit Abstand einfach die Leute fotografieren kann. Und sie kriegen es nicht mal mit. Und das ist dann eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte. Also von daher kann ich euch auch nur raten, aber habe ich euch auch in anderen Wintervideos schon gesagt, wenn ich es gemacht habe, auch wenn ihr mit jemandem unterwegs seid, guckt, dass er ein bisschen farbenfroh gekleidet ist. Oder so wie ich jetzt hier heute, rote Jacke. Und dann bietet sich das als Motiv schon wirklich richtig gut an. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist irgendwas zum Thema Equipment. Oder ja, Einstellungen etc. etc. Also ich finde, dass man hier mit einem Weitwinkelobjektiv echt sehr, sehr gut bedient ist. 16-35, das ist ja das, mit dem ich jetzt hier mit Abstand am meisten fotografiere. Weil man hier einfach immer wieder Shots hat, wo man einfach diese Weite und dieses Zugspitzmassiv und die Größe des Eibsees einfach auch irgendwie drauf kriegen möchte. Und da bietet sich das dann natürlich an, das mit einem entsprechenden Weitwinkelobjektiv zu machen. Und wie gesagt, 16-35 ist hier relativ gut auf Vollformat, würde aber auch auf APS-C reichen. Und auf Vollformat wird es aber auch mit einem 24-70 gehen. Das ist dann bei 24 mm auch noch weitwinklig genug. Das wären so Brennweiten, die ich hier empfehlen würde. Ja, und wer vielleicht schon mal hier war und eh schon genügend Waldwinkelshots hat, der wird sogar mit einem Tele irgendwie sicherlich was finden, was er dann einfangen kann. Und ja, wenn er andere Menschen fotografieren möchte, so wie ich das hier teilweise tue, da ist dann natürlich eine Tele-Brennweite definitiv nicht verkehrt. Davon profitiere ich ja selbst auch gerade. Und ja, zu den Einstellungen. Ja, wie fast immer, wenn man im Schnee fotografiert. Denn, das habe ich euch in anderen Videos ja auch schon gesagt, Schnee lieber ein bisschen überbelichten. Also das Histogramm eher so in die rechte Seite, denn die Kamera weiß nicht, dass ihr Schnee fotografiert. Für die ist das einfach nur hell. Also versucht es verzweifelt abzudunkeln. Und das wollen wir nicht. Wir wollen den Schnee ja schön weiß haben. Also Histogramm eher so in Richtung rechts. Aber anschlagen muss es natürlich auch nicht. Klar. Und wenn ihr doch mal eine dunklere Ecke erwischt habt, keine Scheu mit dem ISO ein bisschen hoch zu gehen. Also ich habe jetzt auf der R zum Beispiel auch den ISO standardmäßig auf 200 stehen. Hat aber vorhin auch schon den einen oder anderen Schuss mit ISO 400. Das ist okay. Ja, also man fotografiert ja hier am helllichten Tag. Das heißt, das Bild wird nicht direkt anfangen zu rauschen. Und von daher hat man da einfach ein bisschen mehr Spielraum dann, was die Belichtungszeit angeht. Ja, und hier ist dann jetzt auch wieder so einer dieser Zuflüsse zum Eibsee. Hier unten ein bisschen Restwasser. Das meiste kommt aber tatsächlich von hier. Also auch wieder. Das ist jetzt sogar mein etwas größerer Wasserfall, weil da kann man da oben tatsächlich was erkennen. Zum Fotografieren weiß ich nicht. Baue ich mich jetzt hier mal nicht auf. Aber an sich ist es wirklich ein schönes Motiv. Eins hat sich auf jeden Fall mal nicht verändert jetzt. Wie schnell sich hier die Lichtsituation ändert. Aktuell wieder Sonneneinstrahlung und Wolken am Zugspitz massiv. Aber trotzdem liegt es einigermaßen unter freier Sicht. Ja, das sieht aber in wenigen Minuten auch schon wieder anders aus. Also das verändert sich hier wirklich sehr, sehr schlagartig. Aber das ist natürlich ganz schön. So kann man es mal so ein bisschen auf so einer Bank aushalten. Dort mal eine kurze Rast machen. Macht vor der Rast ein Bild. Macht nach der Rast ein Bild. Und das sieht eigentlich so aus, als wäre das zu zwei völlig unterschiedlichen Tagen oder gar in zwei völlig unterschiedlichen Wochen aufgenommen worden. Ja, und dabei liegt vielleicht bloß eine Viertelstunde dazwischen. Also, ja, das spricht halt wirklich für die Vielseitigkeit von diesem Fotospot hier. Ja, das ist ein Bild. Wenn ihr im Besitz einer Drohne seid und mal herkommen wollt, vielleicht inspiriert von dem, was ihr im Netz so seht. Denn da sind sehr, sehr viele Drohnenbilder und Drohnenaufnahmen von hier zu sehen. Lasst euch gesagt sein, es ist mindestens so dünnes Eis wie das, was wir da jetzt auf dem Alpsee gerade haben. Es ist also nicht so, dass es nicht möglich wäre, hier zu fliegen. Aber ihr braucht dafür eine Genehmigung. Und zwar vom Alpsee-Hotel. Ich weiß nicht genau, wie die Verhältnisse sind. Ob die das hier gepachtet haben oder ob es irgendwie andere Besitzverhältnisse gibt. Auf jeden Fall braucht ihr eine Genehmigung vom Alpsee-Hotel, die ihr allerdings innerhalb von kurzer Zeit erhaltet. Also da vergeht keine Woche, bis da ein Feedback kommt nach all dem, was ich gehört habe. Und ja, da werdet ihr auch darauf hingewiesen, wo ihr fliegen dürft. Denn das ist jetzt ja auch nicht pauschal überall am Alpsee erlaubt und, und, und. Aber diese Genehmigung braucht ihr. Und ich behaupte, die Hälfte aller Aufnahmen, die man im Netz so sieht, sind illegal. Weil sich, glaube ich, nicht jeder bewusst ist, dass er hier eine Genehmigung dafür braucht. Aber deswegen, wer Drohnenpilot ist, der sollte einfach auch immer die gültigen Regeln kennen. Und das ist dann eben so eine, ja, die gehört da eben mit dazu. Also, wenn ihr Drohnen habt, wenn ihr hier mal Drohnenaufnahmen machen wollt, unbedingt vorher Anfrage ans Alpsee-Hotel stellen. Und, das sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt im Hochsommer sein, also mitten in der Saison oder auch generell Ferienzeit, wenn es hier sehr, sehr gut besucht ist. Denn, dann werden solche Genehmigungen auch mal ganz gerne nicht erteilt. Wenn einfach schon zu viele Anfragen reingekommen sind oder man davon ausgehen muss, ja, dass sich dann hier eben ein Großteil der Leute, der Touristen, der Einheimischen, wie auch immer, belästigt fühlen, dann, ja, wird so eine Genehmigung auch mal verweigert. Also, auch dessen muss man sich im Klaren sein. Von daher zeitgenau auswählen, weil man hierher kommen möchte zum Drohnenfliegen und sich eben vorher mit dem Alpsee-Hotel in Verbindung setzen. Und dann steht einem schönen Flug und tollen Bildern oder tollen Videoaufnahmen nichts im Wege. ausgeworfen ausgeworfen Über mir wird eine Drohne entlang. Als hätten wir das Thema nicht gerade erst gehabt. Aber derjenige wird schon eine Genehmigung haben. Und da hinten, ich weiß gar nicht, ob der Pocket so einfallen kann, tut sich gerade eine Seilbahn den Weg nach unten bahnen. Ja, und das Zugspitzmassiv zeigt sich jetzt hier auch nochmal so schön. Ja, oben blaue Lücken und hier unten eine leicht zugefrorene Bucht. Und auf der anderen Seite haben wir den Steinring Priel. Den habe ich auch schon mal fotografiert im späten Sommer bzw. Frühherbst. Sah da ehrlich gesagt ein bisschen schöner aus. Aber auch da oben mit den blauen Stellen jetzt am Himmel, die allerdings auch schon gleich wieder weg sind, weil da ziehen oben auch schon wieder die nächsten Wolken rein. Also das geht hier wirklich sehr, sehr rasant, aber trotzdem echt total schön. Und ja, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Definitiv ist das hier einfach eine sehr, sehr schöne Gegend und Fotomotive ohne Ende. Ja, ihr Lieben, der Eibsee bei Greinau am Fuße der Zugspitze. Ja, Länge, Dauer, Zeitaufwand. Was müsst ihr denn kalkulieren? Kommt ein bisschen drauf an, wofür ihr herkommt. Ich fand zur Umrundung verschiedene Angaben. Die einen sprechen von sieben Kilometer, einmal rum, die anderen von neun. Es kommt wahrscheinlich wirklich drauf an, wo Start und Zielpunkt liegen. Deswegen können da vielleicht die Angaben schon mal ein bisschen variieren. Die normale Umrundung wird angegeben mit ungefähr zweieinhalb Stunden. Das ist, denke ich mal, realistisch zwei, zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem, wie flott ihr unterwegs seid. Wenn ihr zum Fotografieren herkommt oder zum Filmen, plant die doppelte Zeit ein. Also ich werde heute auch, ich bin jetzt auf dem letzten Drittel und werde auch knapp über sechs Stunden dann hier verbracht haben. Und ich habe bestimmt nicht alles fotografiert. Also von daher kann ich euch nur empfehlen, ausreichend Zeit einzuplanen. Aber für alle, die so herkommen wollen, zum Walken, zum Wandern, zum Joggen, ja, definitiv auch empfehlenswert. Und die Wege sind alle auch mit E-Bike befahrbar. Also auch das kein Problem, beziehungsweise mit Fahrrad generell. Jetzt nicht nur mit E-Bike. Also auch eine Radumrundung in eurem nächsten Urlaub hier. Kein Problem. Auch das bietet euch der Eibsee. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So ihr Lieben, damit sind wir durch für heute. Die letzte Station war jetzt der Untersee. Da war so viel los gewesen, da war Vloggen jetzt so nicht möglich. Deswegen habe ich da so ein paar Schnipsel aufgenommen und ein paar Bilder gemacht. Ja, jetzt aktuell wieder herrlichstes Wetter. Aber gut, meine Eibsee-Umrundung ist jetzt beendet. Das Eibsee-Hotel liegt wieder vor mir. Da hat es quasi angefangen heute früh. Ja, ich hoffe, euch hat dieser zweiteilige Ausflug rund um den Eibsee gefallen. Und vielleicht, wenn ihr die Region noch nicht kanntet, konnte ich es euch ein bisschen näher bringen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe immer noch nicht alles fotografiert. Von daher, ja, Rückkehr mehr als wahrscheinlich von mir. Ja, und es geht definitiv zu jeder Jahreszeit. Also jetzt hier im Winter natürlich wunderschön, aber Frühling, Sommer und Herbst sind nicht minder schön. Müsst bloß ein bisschen aufpassen, wenn Ferien- oder Urlaubszeit, das ist hier halt einfach komplett überlaufen. Jetzt aktuell neben so so herrlich. Ich hatte absolut meine Ruhe und keine Sonnenbrille eingepackt. Und ja, ihr Lieben, das nächste Video dann wieder wahrscheinlich irgendwo aus meiner Heimatregion. Kleiner Ausflug in Richtung Südbayern ist damit beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.